Die abnehmbare Anhängerkupplung von Brink wird von hinten gesteckt. Damit ist sie bequem und schnell zu montieren. Der Kugelkopf rastet deutlich ein. Über ein Steckschloss ist der Kugelkopf abschließbar und damit auch gegen Diebstahl geschützt. Eine fest montierte Kappe schützt Schloss und Riegel während der Fahrt vor Verschmutzung. Zum Abmontieren entfernen Sie zunächst das Steckschloss. Anschließend drücken Sie erst den kleinen Sicherheitshebel. Bertelshofer bietet Ihnen unter anderem schnelle Lieferung, Paketverfolgung, TÜV-geprüfte Qualität mit ABE, Kaufaufrechnung und eine große Anzahl an Produktvideos.